Spieler, Achtung. Hey Bro, 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 ich hab da auch... Jo, 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 was geht, was geht? Ich soll da stehen bleiben. Warum soll ich stehen bleiben? Wir haben nix, Mann, hey, alles gut. Ja. Oh Gott, da kommt... Wir haben gar nix. Die Ame. Bro, Gegner, Gegner. Liebe Freunde, willkommen zu dieser Episode Daisy 19 Uhr, für die wir den ein oder anderen Abend auf dem Bomb-Maschinen-Server verbracht haben, der, das haben wir dann erfahren, demnächst gewiped werden sollte. Schaut da also gerne vorbei, wenn ihr mal wieder einen frischen Server sucht. Von dem Wipe ging's da natürlich dementsprechend ab. Ein paar Grüße gehen raus schon mal an alle, die friendly waren und starten tun wir mit einer doch eher seltenen Begegnung. Ist das auf uns? Ja, das ist auf uns. Jetzt schon? Wir haben nix. Ich weiß, dass wir nichts haben. Wo ist denn der? Gegenüber... Oh, er kommt rüber, er kommt rüber, Achtung. Hey, hallo. I have nothing, man. Hallo. Okay, okay, okay. Hallo, 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 hallo. You're friendly? That's all I got. Okay, nice, nice, nice. Yeah. Oh, we can barely hear you. Can you put off your mask? Thank you. Ah, no, 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 no. Oh, we just want to loot the airfield, that's all. Where are you from? Thank you. Turkey. Oh, nice to meet you. Can I have this weapon? Great. Warum schießt du uns jetzt ab und schenkt uns dann Waffen? Das verstehe ich nicht. Thank you, boy. Thank you, man. No problem. Deine Maske. Take it. Yeah, thank you very much. Oh, really? You're so nice, man. You alone? Yes. Oh, wollen wir mit dem vielleicht mitgehen? Weiß nicht. Mit dem ein bisschen Eiffel. Ich muss gerade mal was essen, also sonst... What's your plan? I'm going to my base. Ah, okay. Ah, okay. You want to show us your base? My base is TZ. Ah, okay. Okay, okay. Yeah, good luck then, man. Thank you very much. Good luck, man. Thank you for not killing us, man. No problem, bro. See you. Goodbye. See you. Yeah, bro. Bye. Wow. Wait. Oh. Oh. What is this? No. Really? What the fuck? Wow. You can just kill them. You can just kill them. Take it. Yeah, thanks. See you. See you, man. Goodbye. Wow. Thank you, man. Goodbye. What the fuck? Krasses Kontrastprogramm, oder? Ey, der will uns erst töten. Und dann schenkt er dir seine einzige Waffe, die schießen kann. Ich hab ihn schon wieder an der Küste gesehen, ne? Ich auch. Ohne Spaß, ey. Ich hab mich schon wieder am Deinstallieren gesehen, ey. Alter, übelst. Ja, soll ich mal kurz Sachen austauschen und dann gucken, was wir machen? Ja, können wir machen. Perfekt, nice. Alter. Was ist denn jetzt los? Schüsse? Das kam irgendwie wieder aus Norden, oder? Das ist, wo wir herkamen, ja. Unser türkischer Freund? Factory vielleicht? Ne, ich glaub, er ist bestimmt schon abgezogen. Klar, geht's her nach Factory, muss ich sagen. Schon wieder, ne? Ja. Was ist denn, was passiert denn hier um uns rum? Ich weiß nicht, das ist eher vital, ne? Wir sind hier echt offensiv rumgelaufen. Vor allem, ich bin unter Zeitdruck, ich brauch halt Essen. Scheiße. Ja, ich auch, bin auch rot essen jetzt. Oh nein, oder? Fuck. Scheiße. Werden wir das schaffen? Oh, werden wir das schaffen? Oh mein Gott. Ah, guck mal, da rennen Zombies links, guck mal. Da, da dann. Richtung Hügel hoch. Ja, ich hab's gesehen, ja. Maybe im Hügel drin, oder was? Maybe, das könnte sein. Die gehen auf den Hügel drauf. Die Nate hätte ich jetzt eher rechts verortet von uns, muss ich sagen. Hä? Ist er da drin, oder was? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir natürlich die Agro. Ja, natürlich. Einfach fein pushen, meinst du? Hier ist aber nichts. Ne, hier ist aber nichts. Oh, der hat Essen gedroppt, Bro. Wir sind geertet. Oh. Mach gleich auf. Da liegt ein Zombie auf dem Berg. Könntest du das gewesen sein vorhin? Berg? Auf dem Berg, ja. Auf dem Berg? Sag mal. Welchen Berg? Wenn du hier rausguckst, da wo ich jetzt hingucke, da liegt ein Zombie oben auf dem Weg. Nee, das war nicht. Oder ist das ein Player? Das ist eine Leiche. Das ist eine Player-Leiche. Das könnte auch ein Player sein. Das stimmt, ja. Vielleicht sollen wir mal rüber pushen ins andere Hangar, wo die Leiche liegt? Ja, komm. Komm. Ah, scheiße, Mann. Jo, genau. Schlag und geh dabei nach draußen. Gutes Game. Sollen wir rüber? Komm. Komm, wir haben eh nicht mehr viel zu verlieren. Komm. Beide essen rot. Rein, oder was? Rein, natürlich. Oder ist er noch oben? Nee, wahrscheinlich nicht. Von beiden Seiten? Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Alles gut, ja. Hab ein bisschen mehr erhofft. Hauptsache erst mal Drama schieben. Ja, ich mach jetzt erst mal die Dose auf. Gute Idee, Mann. Und mach einen kleinen Cut. Ja. Rein pushen. Oh! Tatsache. Nee. Direkt um die Ecke. Bist du tot? Ja, klar. Hast du ihn? Nee. Direkt um die Ecke. Du kannst durch die Tür bangen wahrscheinlich. Oh, ich hab ihn, Bro. Nice, perfekt. An der Stelle mussten wir leider offline. Luzi musste da in dem Flur ausloggen. Ich bin als Bambi noch mal neu hin. Die Treppe hoch. Und ja, da waren dann Leute. Und Luzi musste da wohl oder übel zwischen den Fronten wieder einloggen. Alter, ich blute so hart. Nice, Bob. Glock mal bitte ein, schnell. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, ich glaube nicht. Hier liegen schon die ersten Leichen. Bist du drin, ja? Beeil dich. Ja, du drin bist. Die warten da schon. Yo, hello? Hello? Oh, hey. Was geht? Na, hopp. Was ist denn das für eine Ladezeit? Bist du? Ich bin hier gerade angekommen. Und ich blute ziemlich hart. Bitte? Bist du Jackson oder so? Nee. Darf ich hochkommen und nicht verbinden? Ich hab nix. Nee, hier oben liegt ziemlich vieles Dach. Nee, du kommst hier lieber nicht hoch. Er schießt ihn hier wie ein Verrückter auf, Link. Das soll in die Kacke. Ja, ich nicht. Du willst eh nicht lange hier oben überleben. Also, also ohne Quatsch. Ich hab nix. Ihr könnt ja immer noch schießen, wenn ich mir ne Waffe nehme. Ja, aber was ist denn da für eine Politik? Lass mal stecken. Ganz normal. Damit der Nate hochrennt. Ich hab nicht mal ne Nate. Ich bin ein komplettes Bambi. Okay, pass auf. Ich komm erst nur die Treppe hoch, okay? Ich komm nur die Treppe hoch. Ich mein, du aimst hier her. Müsste safe sein, oder? Pass auf, da sind Leute, ne? Wie heißt denn du? Ja, Digga, guck, da kommt keiner. Nein, sag mir, wie du heißt. Okay, komm, komm. Ich muss dir vom ersten Verband nehmen. Na, von hier? Warum? Wo bist du jetzt? Nein, Digga. Rixus ist friendly, oder? Ich bin friendly, Jungs, was geht? Ja, ich bin auch friendly, was geht? Rixus? Digga, wo? Ey, Pizzi, macht mir keine Angst jetzt. Ey, ey, schnapp auf. Oh shit, ich bin... Ja, ja, bei mir ist alles grau. Wir sind hier gerade angekommen. Ja, ihr habt hier ein ziemlich großes Problem. Da draußen liegen noch Leichen, da könnt ihr euch Loot holen. Solange wir uns halt auch... Ja, da legen wir uns direkt daneben, lau ich, wenn wir da rausgehen. Oh, fuck me, Alter. Was ist denn los mit ihm? Hacks, oder was? Ja, die schießen hier rein. Die haben mich übelst gehittet. Moin. Ah, lol. Lol, ich weiß, wer ihr seid. Lol, wahrscheinlich lol, oder? Lol. Digga, es geht ab. Alter, da. Es geht jetzt ab, Alter. Nice. Ein Leben, Bruder, durch die Tür. Okay, das ist dann... Okay, das ist dann wirklich schwierig. Guck mal, hier liegt... Guck, guck, hier liegt nackt. Ja, die grebe ich mal direkt. Dankeschön. Guck mal, hier ist noch Stuff dazu. Hier ist Stuff dazu. Willst du was haben, Bro? Oh, nice. Guck mal, direkt wird man gut behandelt. Aber hier ist morgen halt Vibe und darum ist jetzt halt einfach nur noch PvP-Action. Ah, verstehe. Alles klar. Ja, gerade gejoint, hierher gerannt und direkt erschossen worden vorhin. Ganz normal, oder? Ja, wie gesagt, halt Vibe, die heizen ja alle mit den AMGs und so rum und wird halt nur rumgeschossen. Alles klar. Ja, nice, aber so YouTuber-Status ist schon cool, ne? Direkt Stuff hier. Achso. Ja, keine Ahnung, ich war leider nicht informiert und war überrascht, dass da Leute drin standen. Hat der gesagt, da sind Leute drin, Digga? Da oben liegt ne Waffe für dich noch, ne? Ich hab eine, ich hab eine. Ich hab hier ne HK. M16? Ne, HK ist erstmal auch ganz gut. Oh, dann entlade ich die. Ja, mach mal. Ich find's super grau, ne? Ja, ich hab rotes Leben durch die Tür. Durch die Tür. Nicer Hack auf jeden Fall. Da ging einfach die Tür aufrund. Achtung, Achtung, Achtung. What? 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 Ist unten safe, ist unten safe? Ich weiß von nichts, Bro. Unten tot, Achtung. Lass mich hoch, bitte. Von unten durch die Treppe und... Oh mein Gott, von oben, ich bin... Von beiden Seiten. Sind wir jetzt alle tot? Ja, ja, ich glaub, wir sind alle tot, ja. Ey, was für OP-Waffen durch Wände schießen. Welcher Noob benutzt denn sowas? Ja, ja, ja. Ach so, sorry. Ach so. Äh, 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 äh. Na, 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 na. Wir sind von der Küste aus dann nochmal losgelaufen in Richtung Norden durch Pavlovo und sind da natürlich direkt in die ersten Spieler gelaufen. Oh Gott. Jo, was geht? Ist auf dich auf mich? Ja, ich bin so vor, dann zu schießen. Wow. Hast du so gelebt? Unglaublich. Geil. Ja, ich lebe noch. Warte, ich decke dich. What the fuck? Wo hast du die Waffe? Ja, was heißt Waffe? Das ist eine Vector, Mann. Was hat er für eine gehabt? Äh, MP5. Ja, was darf ich jetzt haben? Nix. Warum? Vector ist leer wahrscheinlich. Oh, du bist das allerletzte, Mann. Hä, wieso? Ich hab dich beschützt, Mann. Ach so. Das wird wieder nicht gesehen hier. So ist es mit der Positivität in der Daisy Standalone. Weißt du eigentlich, dass die Daisy Standalone der absolute Schrott ist, Bro? Warum das denn jetzt schon wieder? Ich hab mal geguckt, ne, warum meine Festplatte so voll ist. Abgesehen von den 100 Gigabyte Mods. hab ich, glaub ich, 30 oder 40 Gigabyte einfach Crash-Files gefunden. Einfach Crash-Files. Wirst du damit sagen, dass die Daisy Standalone dein PC schädig auf Dauer? Nein, das ist total cool. Das hier Entwickler unterstützt, Mann. Ich hab direkt alles auf USB-Stick geladen und nach Tschechien geschickt. Ne, warte mal. 40 Gigabyte? Ja, ne? Krank, Alter. Auf dem Stein, ist eine Achtung. Auf dem Stein? Hat der uns gesehen? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hier sind noch 18 Schuss drin. Willst du die haben? Ja, ja, geil. Wo? Ja. Hier, ich hab MP5 gelegt. Oh, du bist so geil. Was hast du jetzt noch? Vektor. Oh, da sind echt nur 4 Schuss drin? Achso. Ja, warte mal. Hier ist noch... Ah, ne, warte mal. Oh, das ist die falsche. Die richtige hab ich gar nicht. Das tut mir leid, Bro. Alles gut. Hauptsache 4 Schuss. Das ist besser als nichts natürlich hier. Sollen wir direkt pushen oder... Reden? Auf welchem Stein denn? Links hier, oder? Boah, und zieht direkt, war das? Ich guck mal. Ich opfer mich mal fürs Team. Nicht irgendwie Hello oder so? Direkt aufs Maul? Oh, ja. Okay, direkt aufs Maul, Bro. Besser ist es. Wo ist der? Wo ist der? Irgendwo unten hochgehamt auf einmal. Was ist der? Wallhack oder so. Auf einmal. Mhm. Echt komisch gewesen gerade. Ich glaub, ich spiel zu viel CSGO, weil ich zu oft erheckt, sag. Schritte vielleicht gehört? Ja, kann gut sein. Aber ist auf jeden Fall nicht friendly, Bro. Du hast das Feuer einfach... Kannst du direkt eröffnen dann, ne? Ja. Ja, hier ist nämlich Vibe irgendwie die Tage. Ich glaub, morgen sogar schon. Und da ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass das Aggressionspotenzial des ein oder anderen Spielers leicht erhöht ist in diesen Tagen. Gilly rennt... Oh Gott, Gilly rennt zu mir, Bro! Von wo? Von da? Hinter mir. Ich kann mich nicht wehren mit fünf Schuss. Push doch nicht. Er kommt, er kommt. Er ist bei dir. Nice, da ist Jakob. Schieß, schieß, Alter. Mehr geht nicht mit der Rektor. Ich hab ihn noch zweimal gehittet. Ich bin leider one shot tot. Shit. Ich glaub, er kommt zu mir. Ich glaub, er kommt zu mir. Ich brauch irgendwas hier. Ich renn weg. Ne, weiß ich nicht. Ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen. Weiß nicht, ob er mich jetzt hört oder sieht. Oder was auch immer. Der Tod-M muss auf jeden Fall bluten. Er verbindet sich gerade... Oh, da war noch einer! Er hat mich von der Seite gekillt. Ja, ganz cool. Ja, richtig nice. Soll ich ja los? Ich mach mal Hand. Wo fährt ein Auto? Da auf dem Gelände. Das ist ein richtiger krasser Jeep, Mann. Oh Gott, er fährt weg. Nein, nimmt uns doch mit. Sollen wir schießen? Ja, schieß irgendwie. Kannst du schießen? Ja. Ja, doch, aber ich schieß doch nicht auf die. Also nehmen die Luft, damit die uns hören oder so. Warte mal, fahren die jetzt da links? Oder habe ich mich gerade getäuscht? Echt? Kann sein. Vielleicht fahren die auch erst mal nach Balota rein. Vielleicht kriegen wir die noch. Vielleicht halten die da. Das ist ein mega geiles Ding. War richtig krank groß, ne? Warte, warte. Pass auf, Bewegung in Balota. Ja, das ist der Jeep wieder, ne? Ich weiß es nicht. Oh, Achtung, Full Equip auf der Straße. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh Gott, die springen rum. Wieso habe ich jetzt Zombie-Agro? Ich weiß es nicht. Ich kann aus dieser Empfehlung auf jeden Fall nichts ausrichten mit meinen Waffen. Ich auch nicht. Wir müssen ein bisschen näher an die Rande, damit wir die entweder töten können oder friendly spielen können. Oh, ich habe ein weißes T-Shirt an auch noch. Das ist nicht so nice. Ja, nah dran ist schwierig. Ich mache Friendly-Zeichen. Der kommt auf mich zu. Bro, hilf mir, ich glaube, er tötet dich. Darfst du? Ich packe mal meine Waffe weg. Ne, der hat den Arm hoch. Ich mache auch mal, ich mache auch mal Friendly. Moin. Hallo. Moin, moin. Ist das euer Shock, Jungs? Was geht's? Oh! Hey! Warum? Wer? Von wo? Cool. Das war kein Nice. Das war niemand von uns, keine Ahnung. Ja, ja, passt schon, passt schon. Unser Auto ist verpackt. Warte, was seid ihr denn? Shit. Was? Wir sind gar nichts. Von wo kam das? Bist du tot? Ne, noch nicht. Aus den Häusern oder so. Auf jeden Fall. Unser Auto steht halt da vorne, weil wir den verpackt haben. Ja, und wahrscheinlich hat irgendwer aus den Häusern geschossen. Unsere Leute versuchen gerade das Auto zu debuggen. Ne, die sind Friendly. Ich hab da nie viel. Okay. Ja, moin. Die haben irgendwo aus den Häusern geschossen, vermuten die. Oh, Mann. Da machst du natürlich nichts, ne? Ja, direkt nicht. Ja, dein Metz soll wieder kommen. Mann, das war auf jeden Fall niemand von uns. Ja, ja, passt schon. Glauben wir, glauben wir. Also, wenn du jetzt durch den Ort läufst, bist du wahrscheinlich gleich wieder tot. Also, moin. Weißt du, was schießt, was ist dein Kollege da? Ist das dein Kollege, der da schießt? Ne, ne, mein Kollege wurde gerade gekillt. Ja, dein Kumpel, der liegt da vorne. Ich hab ihn gerade umgebrochen. Wolltet ihr jetzt pushen? Wir kommen jetzt in den Ort rein, also dir ein bisschen entgegen. Okay. Aber wie kann das sein? Nein, da stehen fünf Leute. Ich sterbe. Ganz normal. Weißt du noch. Hey, das ist zum Kotzen, ne? Hast du denn... Gib mal deine Bohrmaschine mal, oder mach mir mal bitte drei kleine Stücke. Nimm. Brauchst du irgendwas? Essen, trinken, oder? Nö, ist noch alles gut. Ich hab noch. Das ist bei euch, Alter. Nix nicht, ich lach nur wegen gerade. Weil ich gestorben bin? Ja, ist einfach so da weggedroschen. Der geht jetzt auf dem Auto da nicht mehr raus. Ich bin 100 Meter, ne? Und das ist hier fest. Oh, shit. Ja, nee. Ja, jetzt schießt auf einmal keiner mehr. Ich schieß gar nicht. Das sind auf jeden Fall die mit dem Jeep. Wir wollten jetzt durch die Map fahren, wie wahnsinnig, weil halt E-Wipe ist. Ja. Das ist natürlich Bullshit. Kriegt man den hier nicht wieder raus? Auch nicht mit einer anderen Karre oder einer Nate oder so? Ich glaube, mit einer Nate explodiert halt der Kühler, also beziehungsweise beschädigt. Und mit Improvised Tense geht's eigentlich, aber funktioniert gerade nicht, weil halt diese Steine wohl zu hoch sind, also die Mauer. Ah ja. Und wer war der Fahre? Aber wir haben jemanden, der noch gegenfahren könnte, aber der braucht noch ein bisschen. War das noch früher halt in der Alpha, als die so rumgeflogen sind, die Autos? Da wären wir jetzt schon alle dead. Ich glaube, das ist auf der Konsole immer noch so. Echt? Ja, oder? Ich muss schon sagen, sich gut entwickelt das Game, meine ich, die letzten sieben Jahre. Achtung, irgendjemand am Double Red? Gehört der zu euch? Ja, der hier vorne am Straßenschild? Ja? Ja, der gehört zu euch. Perfekt. Ah, nice. Oh, Achtung, der Kollege ist da. Oh ja. Alter. Oh, Alter. Oh, fett, ziehen weg einfach, Mann. Nice. Ja, in der Dainty Standalone muss man natürlich Gewalt anwenden. Hier hat man keine Kräne oder Bagger. Hier muss man Auto gegen Auto schallern lassen. Gott, ich habe Angst, dass ich mich überfährt, ey. Guckt das nochmal? Ich glaube, schon, oder? Alter, guck ich ihn ja an, wie er wegkommt. Hat er ihn jetzt nicht noch mehr draufgeschubst, eigentlich? Weiß ich nicht. Bekommt das kein Damage, sag mal? Intuitiv, würde ich sagen. Er müsste das von der anderen Seite machen. Aber die Kollegen, glaube ich, wissen Bescheid, oder? Ich glaube, die haben das im Griff, ne? Mit diesen Kernen. Die haben das voll im Griff mit den Kernen. Ich glaube, die haben auch 20 Monate dafür gefarmt, dass sie die sich hier haben leisten können. Ah ja, morgen ist alles weg. Morgen ist alles weg, ja. Alles für die Katzen. Alles auch mal wieder ganz nice, muss ich sagen. Wird dann auch mal wieder gelootet, ganz normal, meinst du? Ja, zwei Tage. Ach so. Bis die erste große Skybase entsteht. Ja. Und, mal gucken, ob es klappt. Ihr könnt mit einsteigen, wenn ihr Bock habt. Könnt euch aussuchen, in welchen Wagen. Geil, Mann. Geil. Echt? Ich gehe auch in dem hier. Der ist geil. In den grünen, ne? Man kann sich auch hinten draufsetzen, ne? Wie kann man denn hier... Jaja, da wirst du ja erst recht weggeschossen, oder? F gedrückt halt, ne? Das backt, also das glitscht ein bisschen. Ah ja, okay. Tür zumachen mit F. Tür zumachen mit. Geil. Nice. Was ist mit dem Bami? Kommt das auch mit? Willst du auch mit? Willst du mit? Willst du mit? Ja. Nice. Komm, Abfahrt hier. Drauf springen und dann auf die Bank gucken. Mit F einsteigen. Los. Jetzt gib Gas. Rauf springen. Achtung. Zombie incoming. Du musst drauf springen. Och, ey. Kollege, wir nehmen gerade auf. Beeil dich doch mal. Das weiß ich nicht. Ja, geil, Bro. Nice. Das Bami hat es auch geschafft. Endlich mal wieder was Krasses erlebt hier in der Daisy Standalone. Ja, nice, Mann. Boah, Alter, innen sieht es schon geil aus, ne? Ja, ich drücke mal N, das ist sonst ein bisschen laut. Da kannst du diese Ohrstöpsel reinmachen. Ja, stimmt. Bisschen angenehmer. Richtig nice hier Innenausstattung, kann man sagen. Auch richtig nice, die Jungs. Das ist jetzt so netzend zu allen auch ein bisschen. Auf jeden Fall hier natürlich mit Display. Genauso wie das sein muss in der Apokalypse. Ja, mal schauen, wo der Kollege uns hier hinfährt. Oh, scheiße. Aber du bist echt nicht so positiv. Fährt schon wieder der Falsche, oder? Ich kann eigentlich gut fahren. Das war der andere. Ah, das war der andere. Okay, sorry. Ah. Ja, gut, der Apfel fällt natürlich nicht weit vom Stamm hier. Das gilt auch für den einen, der an den Plan. Nee, nee. Alles gut. Das ist jetzt da ganz gechillt, Alter. Und beschwerst dich über ihn. Aber hier vorne hat man zumindest ein bisschen Beinfreiheit, muss man sagen. Ja, das ist echt so. Ja, das Ding ist auch gepanzert, ey. What the heck. Ja, vor allem hinten drauf. Das Papi hat schlechtestens ausgerüstet. Muss nach hinten auf die Lade fliegen. Ohne Waffe, ohne Inventar nichts. Das schwächste Glied ganz hinten, ey. Sein Blick ist schon tot. Es guckt in die Ferne, in die Sonne. Ich würde so einen Lachkampf kriegen, wenn der jetzt einfach geätschert ist. Ja, ich auch. Jetzt sehen wir bestimmt noch. Ey, das wäre so lustig, Mann. Ist das... Oh, oh. Ist die mir schon da? Weiß ich nicht. Ah. Jo, mit den Kollegen waren wir dann noch ein bisschen unterwegs. Sie haben uns nochmal ihre Base gezeigt, die natürlich auch dann gewiped wurde. Und sind dann weitergefahren nach Pavlovo. Wir sind alle gar nicht so alt. Äh, kann ich... Kann ich ein Mate von mir grüßen? Geht das? Du willst jemanden grüßen? Echt? Really? Im Ernst? Ja. Leider ja. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Der schaut eure Videos schon seit Jahren. Ja gut, dann hau mal einen Gruß raus. Also das muss schon sein. Okay. Ähm, dann grüße ich Hildegard, heißt der. Hildegard. Ja, Grüße gehen raus, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nice. Geil. Ja, aber man, Light verdient eben so. Wait, das ist jetzt schon Pavlovo? Wieso sind wir mit dem Auto gefahren? Äh, ja, einfach so. Geht ja. Ja, geht ja, geht ja. Weil wir das können einfach. Da vorne sind zwei Leute von uns schon mal. Aber wir schaffen das schon. Ah, da sind sie, okay. Geil, Alter, sind wir da. Okay, let's go. Ja, sind wir da im Krisengebiet mit dem Auto? Ja, gerade geschossen, Digga, ne? Vorsicht. Wo denn? Du kannst sparen mit dem Squad. Ja, vor euch, Alter. Ja, das wird schon klar gehen. Auf geht's. Ja, ich kann sie mal was los hier. Ich folge ihm hier. Er weiß, glaube ich, am meisten Bescheid. Äh, den mit dem Bärenkopf, den würde ich nicht folgen, ne? Das ist keine gute Idee, ja. Habe ich auch nicht so. Warte mal, ich hab, okay. Alter, er ist schon direkt mega taktisch hier hinterm Baum und so. Ja, Baum, ist kein, was? Unglaublich, ey. Guck mal, wie schief er läuft. Ja, ne? Richtig profimäßig. Alter. Krass. Guck mal, noch zwei. Nice, ich bleib natürlich in der ersten. Eiche, hier hängen wahrscheinlich Eiche. Das war wahrscheinlich eher eine. Ja. Wie heißen die weißen Bäume noch, Bro? Äh, Birke. Birk, ne. Birke. Keine Ahnung, was weiß ich denn? Birke, Eiche, Tanne, Busch. Alles dasselbe. Achso. Wahrscheinlich Busch, oder? Wahrscheinlich ein Busch, ja. So, wo sind hier die Gegner? Tja, die müssen ja anscheinend auch hier sein. Ich habe so das Gefühl, dass die auch ganz schnell Gegner finden, ne? Ich glaube, die ziehen die auch ein Stück weit ab. Oh, da geht schon los hier. Oh, da geht schon los, ja. Ich weiß jetzt schon gar nicht, wie da hinten steht an der Mauer. Das ist jetzt. Alter, das ist jetzt. Es geht schon los, dass wir nicht wissen, wer zu wem gehört. Genau, ich folge einfach E-Mail. Ja, ich folge einfach dir hier. Gefühlt der Anführer, der da, ne? Auf jeden Fall, er ist übelst der Anführer, glaube ich auch. Ja, bevor wir sterben, Bro, was hältst du von einem kleinen Gag hier? Richtung Norden. Richtung Norden. Richtung Norden, Richtung Norden. Richtung Norden, perfekt. Wärst du ready? Oh Gott, ja. Nice, und zwar, ach, ganz oben drauf, ne? Hm, ah. Ah, hat schon direkt einen Hit. Oh, ist direkt dead. Oh, ist direkt dead, nice. Ist direkt dead. Nice, der Kill war hier für Marvin. Und zwar schreibt er, wann ist das Abnehmen für Menschen am leichtesten, Bro? Weiß ich nicht. Wenn ihr Handy klingelt. Oh Gott, really? Ja, ja, ja. Früher hieß das mal Telefon, ne? Wollte ich mal sagen. Ja, stimmt, Telefon. Kennst du das noch? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja gut, das war natürlich ein ganz wilder Gag. Ich hätte auch einen von den lieben Sarah. Oh. Ja, ich glaube, der ist der Gag, der ist der sie. Wie kommt ein betrunkener Virologe nach Hause? Natürlich auf allen vier Viren. Oh Gott, ey. Meine Güte. Sarah, danke für diesen Legenden-Gag. Ja, wahrscheinlich Legenden-Gag, oder? Und Grüße gehen raus an die, meine Güte. Oh, so schlecht war er gar nicht. Ja, echt geil. Muss man schon sagen. Ja, ich glaube, wir haben Pavlo jetzt eigentlich schon geklärt, oder? Oder meinst du, hier ist noch viel zu erwarten? Meinst du, wir haben echt alles schon hier erobert, oder was? Ja, ich glaube, das war es schon. Ein Kill auf dem Dach und dann, ja, okay. Ja, perfekt, oder? Kleiner Cut. Ja. Vorne gestorben. Shit. Also er sagte im Norden, irgendwo bei den Felsen. Ja. Meinst du, da pushen wir direkt hin? Ja, ich folge mich, ich folge mich. Ich bin da für ihn und für seinen Squad. Und du auch natürlich. Ich auch natürlich. Ein eingespieltes Team hier natürlich. Wir kennen uns schon jahrelang, hallo. Wir sind voll da hier. Oh shit, Alter. Oh shit. So krank hier. Wir sind überall Leute. Ich weiß halt überhaupt nicht, wer zu ihm gehört. Ich auch nicht. Aber das ist natürlich auch der Reiz an der Baby Standalone. Wow. Aber was ist? Wieso immer ich? Wo denn überhaupt? Keine Ahnung, auf dem Felsen. Ah, da vorne. Wieso immer ich? Wahrscheinlich immer, oder? Ey, heute bin ich immer der Erste, der verreckt. Shit, ich seh die gerade leider nicht mehr. Ich glaub, der im Ghillie ist sehr böse. Sehr böse? Fuck. Kommt, ja, piekt um die Ecke. Sofort dead. One shot. Nein. Ja, moin. Oh, es sind schon zwei volle Kripte. Ihr killt auch bestimmt keine Bummis, oder? Die sich gerade verbinden. Nee. Perfekt. Kann ich jetzt mal Gutes bauen, oder was? Haben wir schon genug Leute vorgesehen heute. Perfekt, Daniel. Das ist schon das fünfte Mal. Ja, moin. Ja, ja. Ja, moin. Perfekt. Ja, sind schon friendly. Oh, nice. Ach so, die beiden. Ja, 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 ja. Ganz normal, Pavlo. Luzi ist auch gleich am Start. Oh, wurde gerade umgebracht. Gibt es noch ein bisschen Loot, oder? Schon alles weg? Ja, ja, ganzes Massaker. Ganzes Massaker. Da zeigt man die Leichen. Lieber Vorrat zumindest. Oben in Feuerwehr und hier ein paar. Halt so ein Bambi-Killer, der ein paar umgebracht hat. Alter. Ich wusste es nicht, aber. Was denn? Ist schon das ein oder andere Bambi gekillt worden? Das ist völlig normal hier, leider. Leider völlig normal hier. Unglaublich. Ja, es gab hier mal eine Zeit, da war das Server echt nice. Friendly-mäßig und so. Ganz guter Mix eigentlich. Aber mittlerweile ist es nur noch PvP. Ja, mittlerweile wird man nur noch einen Haufen geballert. Ey, der auch die ganze Zeit an der hier die ganze Bambis wegsnipet, ne? Ehrlich? Am Brunnen, ne? Der wartet, bis hier ein Bambi-Spawn ins Brunnen geht und dann will er ihn töten. Ach du Scheiße, ist das traurig. Was ist mit dem, was ist mit dem falsch eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Soll ich zu dir kommen? Ich würde am liebsten töten mit der Bohrmaschine mit dir, ne? Der hat nur ne Mosin. Ja, lass mal hin. Ja? Ja. Jo, ich glaube ich muss zurück zur Küste. Der ist die ganze Zeit hier im Haus und wartet bis seiner zum Brunnen geht. Der wohl, äh, wohl Leute killt. Könnt gerne mitkommen. Aber ich versuche erst mal den zu holen. Wenn du, wenn du Unterstützung brauchst, können wir mitkommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg, oder? Mac-11 möchtest. Hast du denn eine Waffe schon, oder was? Aus Mangel an Alternativen sag ich da nicht. Nein, dankeschön. Bitte komm, Bruder. Hi. Ja, ich bring mal direkt zwei Leute mit. Oh, das ist gut. Ein bisschen Verstärkung. Verstärkung. Er erwartete einfach am Ort. Er erwartete einfach am Ort, bis ein Bambi reinkommt. Ich raste aus. Ein Kilometer, wie sind wir unterwegs? Wie kann man denn so scheiße sein in diesem Game? Der hat so hart hinterm Zauch, bis einer vorbei läuft, der nicht satt. Ich komme nicht klar, Bro. Nochmal. Oh, oh, er steckt genau vor mir. Er weiß nicht, dass ich da bin. Warte, warte kurz. 400 Meter. Ja, ja, alles gut. Er weiß nicht, dass ich da bin, glaube ich. Jetzt trinkt er eine Pepsi von der Leiche. Warte, warte, 300. Ja, okay, okay. Oh Gott, Alter, wenn er mich sieht, ich muss so rennen. Vielleicht können wir ihn stellen, weißt du? Der redet, glaube ich, nicht. Das werden wir ihn sehen, wenn wir zu viert um ihn rumstehen. Der ist, also, mit dem nicht mal dann redet er. Ich glaube, er ist nicht bereit, sein Mikrofon irgendwie zu drücken. Was? Oh Gott, wo geht er hin? Wo geht er hin? Er darf mich nicht sehen. Er darf mich nicht sehen, ne? Er weiß, er weiß ja, wo ich bin. Hat der Warlack, oder was? Er kommt jetzt, ne? 100 Meter? Ja, ja. Ich glaube, er guckt schon zu euch, Alter. Das wüsste, dass wir kommen. Warte, ich verfolge ihn mal ein bisschen. Er ist auf der Hauptstraße wieder, genau bei mir. Okay, wir gehen jetzt zum bäischen Haus. Rotes Backsteinhaus. Rotes Backsteinhaus. Gegenüber von mir. Mit dem gelben, ja. Jetzt ist er mal im bäischen, ja. Er geht rein ins beige. Er ist drin. Da im bäischen Haus. Kommt hier mal rum. Jungs, hey, es geht. Er guckt schon, er guckt schon, er aimt schon. Ja, ja, ich sehe ihn. Der hat irgendwie... Da, im bäischen Haus, das ist ein Bambi-Kill. Der killt die ganze Zeit Leute am Spawn. Ja. Okay. Er sieht uns schon. Geht der da in den Eingang, in der Tür? Ja, servus. Ja, ja, er aimt schon, er aimt schon, Jungs. Passt auf, er hat ne Mosin. Oh, gut. Ah, da ist ein Ding. Ja, genau. Er hat nur ne Mosin, Jungs. Ja, komm, Angriff, was soll's, Mann. Achtung, er guckt aus dem Fenster. Ich versuche mal, von der anderen Seite zu kommen. Pusche dir einfach rein. Shit, wo ist er? Er liegt schon vor mir. Nice, nice. Nice, sehr schön. Wack one, heißt der. Ja, wack ist er echt. Vorsicht, einmal da weg. Ich finde schon. Danke. Ist er dead? Ey, super gemacht, Jungs. Richtig geil. Geile Aktion. Unglaublich, ey. Man hat draußen schon die Bambi-Leichen gesehen. Ja, ja, überall. Guck dir das mal an. Das ist echt traurig, ne? Überall liegen hier Leichen. Geile Aktion, Jungs. Geil, wirklich. Sick, hier auch. Ja, genau. Ehrenmänner. Hier am Brunnen auch direkt. Oh mein Gott. Ein Bambi nach dem anderen hier. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Beste Community. Du bist ja auch erschossen worden. Ja, hier vorne. Hier vorne. Ich bin hier. Ja, das war weg, Waren. Der liegt tot im Berschenhaus. Ja, wir haben ihn. Oh, geil. Liegt meine Waffe noch da? Ich habe da eine MP5 gehabt. Gönn dir, gönn dir. Alles gut. Nein, danke. Alter, da ist auch noch einer. Ja, das war er. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schon eben hier. Ja, nice. Ja, soll doch mal hoch nach Vervlobo gehen. Können wir machen, können wir machen. Perfekt. Achtung, Bambi kommt aufs Gelände. Das sieht so aus, als hätte der gar nichts. Kommt in deine Richtung. Kommt zu euch. Moin. 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 Ist das einer von euch, Luzi oder Daniel? Nee. Nee. Ah, direkt weiter nach Seleno? Ja, ja, die Stimmen kennt man. Ich glaube, die sind die Kamenka, oder? Ja, glaube ich auch. Ach, verfeinste Luzi. Holy shit. What? Luzi? Was ist? Scheiße, Mann. Nee, die sind, glaube ich, in Kamenka, waren die? Warte, Daniel, Alter. Alter. Holy shit, mein Sch... Ey, ihr habt heute meinen Tag gemacht, ohne Scheiß. Ja, kein Ding, ich habe nichts getan, Mann. Als er das, als Krio das in den Chat geschrieben hat, ich komme gerade nach Hause, dann sehe ich das im Chat und ich denke mir so, oh mein Gott, wie geil. Ja, ich habe heute mir noch Videos reingezogen und habe mir so überlegt, wäre schon nice, mal zu treffen. Auf jeden Fall. Ja, geil. Willst du jemanden grüßen, oder? Ich auch. Ja, möchte ich generell noch irgendjemanden grüßen, bevor wir gleich nach Zileno gehen? Ich wollte nur kurz onkommen, wenn ihr euch reden wollt unbedingt. Achso, nice. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Mittagspause, da kann ich mir wieder ein Video von euch angucken. Ja, geil. Ihr seid da im Video dabei, denke ich, ne? Ja, moin. Ich freue mich natürlich, ne? Das ist geil, ne? Mal ein Hallo an die Zuschauer, ne? Also immer schön kressig weitergucken, das ist eine gute Dune. Ja, gib doch mal deinen Adressepreis und dann schicken sie dir auch ein Autogramm. Ah, genau, ja. Gute Idee, ich bin dann auf Ebay. Eins von unseren schon vorbereiteten, vorgedruckten Autogrammkarten, ne? Genau, korrekt, korrekt. Alles klar, ja. Ja, kommen Sie doch mit nach Zileno? Jo. Perfekt. Ja, nice. Jo, klar. Was ist denn jetzt, bis hier heute kommt? Ganze Salve, oder? Okay, der Kollege von uns ist down. Oh no! Okay, wo genau? An der Offiziersbarack ist irgendjemand? Jo, da ist irgendjemand. Ja, 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 da in der Rundbogenhalle. Schießen, oder was? Der ist rein, ey. Ja, produziert der? Ja, schießen. Sollen wir pushen? Ja, der hat die, glaube ich, gerade noch, ähm, die Headshotte. Sollen wir den direkt pushen gehen? Ja, ja, müssen wir, oder? Der ist da drin jetzt noch, oder? Ja, also jetzt, vor 5 Sekunden war das noch. Entschuldigung, 5 Sekunden. Du bist zu, du bist noch da drin. Die Zombies pushen auf ihn zu. Oh Gott, wie viele, ja. Oder mich, obwohl ich nichts gemacht habe. Wie viele Zombies hier sind. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich den an den Haken. Das müssen wir bleiben, bevor der da rauskommt. Was hast du alle an der Backe? Ja, die gehen nicht auf die Züge. Easy. Da läuft irgendein Bambi. Oh! Was ist? Was ist passiert? Ich habe ihn gekillt, ich habe ihn, glaube ich, gekillt. Oh, ist vor mir, ist vor mich. Nein, der hat mich. Ich bin auch bewusstlos. Ich bin auch bewusstlos. Der hat mich. Alter, was da abgeht. Ich dachte noch, der gehört irgendwie zu uns, weil der war nur so Bambi-mäßig gekleidet. Da war noch einer? Ich weiß es nicht, wie viele da waren. Ich habe nur reingeschossen. Ich habe Blutspritzen gesehen. Vielleicht war das von Zombies. Ich komme nochmal wieder zu mir. Sehr gut. Da ist ein Vollequip da. Jo, der killt mich. Alter. Ja, Server zeigt sich zum Ende nochmal wieder hier von seiner besten Seite. Wurdest du jetzt auch getötet, ja? Ja, er wurde hingerichtet. Ich lag bewusstlos am Boden. Oh nein. Ja, aber es war eine schöne Reise mit den Jungs auf jeden Fall hier. Grüße gehen raus an die Kollegen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick war mit euch im Fight. Aber kann man halt echt nichts machen. Nee, hier auf dem Server ist jeder. Die Zombies waren auch mal wieder gegen uns. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, was hier noch geht. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, oder? Auf jeden, wie immer pünktlich. 19 Uhr, oder? Nice. Geil, Mann, ja. Ja.